Ich guck, ob ich da... ...move. Ah, sehr gut. Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Sehr geil. Komm doch mal aus der Schlinge. Halt hier rein. Oh Gott, wenn er uns da gefunden hätte. Oh, shit. Oh, shit. Das klingt schon, wenn ich noch rauskomme. What the fuck? Einmischen wäre jetzt, glaube ich, nicht gut gewesen, ne? Da rauszuspringen. Oh, scheiße. Wollen wir das jetzt abspielen? Das machen wir mal. Warte mal, damit kann ich doch ganz zurück, oder? Nee. Ich hab's noch nicht so ganz gepeilt. So, pass mal auf, jetzt gehen wir nämlich... Ach Gott. So weit haben wir zurückgespult. Alles klar. Keid. Was ist das, machen wir jetzt mal? Zack. Step in. Jetzt probieren wir mal zu gucken. Okay. Ich bin razón. Okay. Das war meine Jungen. Weißt du, weißt du, weißt du... Weißt du. Weißt du, weißt du... Weißt du, weißt du... Weißt du... Jetzt provoziere ich noch. Ja, im Endeffekt hat er sie jetzt nicht geschlagen. Okay, cool. Was kann das sein? Ach, scheiße, sie hat die Knifte. Okay, krass. Scheiße, was machen wir denn jetzt? Ich glaube, so hat sie sich auf jeden Fall keine gefangen. Das ist vielleicht ganz gut, weil sonst wäre die Beziehung zu denen jetzt total im Arsch. Für mich ist natürlich die Konsequenz, dass ich entweder von dem Nathan rausgebastet werde oder von einem Cop, von einem Security-Stab-Dad. Was? Ich soll Leaf? Was soll ich denn machen? Was soll ich machen? Was soll ich machen? Du solltest die Knifte zurückziehen. Es ist zu gefährlich. Nur wenn jemand wieder in meine Richtung kommt. Bitte nicht so sprechen. Du denkst, ich will? Ich würde lieber in L.A. mit Rachel, als in der Knifte eine Knifte. Das ist alles so schrecklich. Ich weiß, Max. Aber ich fühle mich sicher für eine 9mm in meinen Händen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Die Knifte machen mich nervös. Du solltest die Gitarre spielen, nicht mit einer Knife spielen. Wenn die Arschlüsse mich mit Knifte stoppen, dann werde ich mit meiner zu spielen. Deine Knifte kann nicht ein Blut in deinem Becken stoppen. Max, ich schaue nicht für Probleme. Ich will nur Schutz. Wenn jemand in diesem Land hat Knifte, sollte es Frauen haben. Und jetzt? Was soll ich denn machen? Ich will sie nicht rausgehen und nochmal mit ihr quatschen. Ah, okay. Ah, okay. Ja, warum können wir nicht... Der bedankt sich doch, wenn wir rausgehen oder hat sie jetzt Stubenarrest. Ach, schön. Dieser laue Suboktobertag. Mit Bambi. Warum bin ich jetzt alleine im Wald? Oh. 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 Oh nein. Oh. 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 Ach, wie süß. Wenn ich etwas wusste. Das ist schön, eigentlich. Campfire. Ja, wir wissen auch, dein letzte Party war... ...was, der zwölfte Geburtstag von Chloe. Das können wir uns mal gut merken. Oh, Footprints. Ist das ein Bär vielleicht? Ist das Bären-Totzen? Okay, Graffitis. Nice. Ist schon ein bisschen... ... total schön, aber irgendwie auch ein bisschen unheimlich hier oben. Oh, guck mal, da sind... Act 8. Haben die bestimmt hingeschrieben. Ist auch sehr geil. Oh, der hat den Müll hier rumliegen lassen. Na, wisst ihr was, Leute? Ihr könnt ja schon hier feiern, ne? Können wir ins Lighthouse reingehen? Ah, ne, look. Ah. Hat der Sound wieder gehört? Jetzt gehen wir mal zu Chloe. Oder warte mal, hier steht auch noch was drauf. Oh, ich hab bestimmt schon so viel übersehen. Max und Chloe? Max und Chloe? Tja. Max und Chloe, best friends forever. Was steht da? Pirates. Pirates 2008. Kann man jetzt hier also uns da hinsetzen? Jetzt können wir erstmal ein bisschen... Have a seat, Pete! Have a seat, Pete! Hmm. Has he always been this way? Ever since my desperate mom dragged his ass to our home. I never trusted David. Hmm, he freaked out on Kate. I should have taken his photo when he flipped out on Kate today. That would be killer blackmail material. Let's bust his ass. He has some kind of weird agenda. He has a lot of secret files. Rambo still thinks he's gathering enemy intelligence. Did you take a peek? Yes. I wanted to. You know, I wanted to. But I realized I have enough mystery in my life. I'd like to find out. I bet he's got some serious porn in there. Good thing he didn't look. He's a total surveillance fetish. Were there spy cams in the house? I knew you didn't know. Chloe, your house is under surveillance. What are you talking about? There are cameras all over the house. I saw it on a monitor in the garage. I knew it. He is so hella fucking paranoid. I'll keep this a secret for now. Sometimes ignorance is bliss. No wonder I'm so miserable. Everybody in this town knows everybody's secrets. What's... Even yours? Even yours? Not anymore. So what do you have on Nathan? He's an elite asshole who sells bad shit cut with laxative. And he dosed me with some drug in his room. What? I met him in some shithole bar that didn't card me. He was too rich for the place and too wasted and he kept flashing bills. Just tell me what happened, Chloe. Now. I was an idiot. I thought he was so blazed it would be an easy score. You needed money that bad? Actually, yes. I owe big time. And I thought I'd have enough for me and Rachel if she showed up. How much do you owe? Three grand plus interest. And before I could get a chunk of that from Nathan. He dosed my drink with some shit. God, Chloe. I can't believe this. I mean, I do. Then what? I know I passed out on the floor. I woke up and that perv was smiling, crawling towards me with a camera. Oh my god. Impressive. Everything was a blur. I tried to kick him in the balls and broke a lamp. Nathan freaked, so I managed to bum rush the door and get the hell out. That is fucked up. That is fucked up. Nathan Prescott better watch his back now. I won't always be there to save you. You were here today, Max. You saved me. I'm still tripping on that. Seeing you after all these years feels like... Destiny? Hm. Hm. And what did she say? If this is destiny, I hope we can find Rachel. I miss her, Max. Oh Gott, oh nein, oh fuck, oh nein, hab ich alles falsch gemacht? Warum ist das jetzt passiert? Warum bin ich hier wieder? Kann ich jetzt wieder laufen? Ist das jetzt spiegelverkehrt? Oh, what the fuck? Ist das jetzt spiegelverkehrt? Oh, what the fuck? Da komm ich nicht dran vorbei, oder? Kann ich das zurück... Ja, ich kann zurückdrehen. Schnell, lauf, lauf, lauf. Vielleicht muss ich dem Reh folgen? Ah, shit, 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 shit. Das Gruselspiel. Ja, den hat man aber auch nicht. Fuck. Oh, my gosh. Aber es hat mich nicht getötet. Was jetzt? Newspaper. Okay, da ist irgendwas. Kann ich irgendwie drüber? Aber ich kann das... Kann ich zurückdrehen? Und jetzt fällt das Ding runter und ich kann da irgendwie drüber springen. Achso, nee. Ich muss jetzt schnell laufen. Ja. Nee, das... War doof, glaube ich. Ich muss schneller sein. Wow. Oh, shit. Wahrscheinlich explodiert gleich, weil ich den Kopfschmerzen habe. Weil ich das so oft gemacht habe. Scheiße. Muss ich am Ende... ...danach erst laufen? Nachdem das Ding da überall hin gefallen ist. Okay, jetzt kommt das Teil, aber das... Jetzt warte ich erst, bis das runtergefallen ist. Boah. Ist doch viel Stress. Newspaper. Gut. Was kann da drinstehen? Das ist nur vier Tage entfernt. Das ist nur vier Tage entfernt. Das... Oh, nein. Das ist... Das Tornado ist headed straight für die Stadt. Huh? Das ist ein Teil von Tornado. Chloe! Du bist hier. Ich bin zurück. Oh, mein Gott. Das ist real. Das ist real. Oh, man. Das tut. Max, was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Du bist völlig schlapp. Ich habe nicht schlapp. Ich hatte eine andere Vision. Die Stadt wird durch ein Tornado verletzt. Oregon bekommt über 5 20 Neues jeden Jahr. Du bist so. Nein, nein. Ich habe das gesehen. Ich konnte tatsächlich fühlen die Elektrikation in den Luftwärten. Komm, schau mal. Ich habe eine andere Vision, okay? Chloe, ich bin nicht verrückt. Aber es gibt noch etwas anderes, ich muss dir sagen. Es gibt etwas... Hardcore. Talk mit mir, Max. Ich hatte das gleiche Vision früher in der Schule. Als ich aus der Schule kam, habe ich herausgefunden, habe ich herausgefunden, wie ich gesagt habe, nicht verrückt. Aber high, richtig? Listen zu mir. Wie glaube ich dir, in der Bühne zu retten? By reversing Zeit? Ja, sicher. Ich habe dich getötet, Chloe. Ich habe dich tatsächlich... sterben. Ich habe mich zurückgekommen, und auf die Feuerlangen. Okay, ich sehe, du bist ein Geek jetzt mit großartig. Aber das ist kein Anime oder Videogame. Die Leute haben diese Macht, Max. Ich weiß nicht, was ich habe, aber ich habe es. Und ich habe es. Und ich bin schade, schade. Du musst aufhören. Es ist ein helles Wahnsinn fucking Tag. What the hell ist das? Snowflakes? Es ist, wie... 80 Grad. Wie? Klimawandel. Oder eine Wärme kommt. Es ist ein Problem. Max, start from the beginning. Tell me everything. Max, start from the beginning. Tell me everything. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020